Hallo, mein Name ist Karl Döhmens, ich bin der US-Korrespondent von RND. Es sind nur noch wenige Tage bis zum 3. November und alle reden über die Präsidentschaftswahlen. Das ist auch richtig. Denn bei dieser Wahl geht es um nichts weniger als um die Zukunft der Demokratie in den USA und natürlich auch um die Frage, wie sich unser Verhältnis mit dem Land in der Zukunft weiter gestalten wird. Trotzdem wird im Moment oft eine zweite Wahl am selben Tag übersehen, die politisch ebenfalls sehr folgenreich ist. Es wird nämlich ein Teil des Parlaments neu gewählt. Konkret geht es um den Senat, die zweite Kammer. Dort haben die Republikaner im Moment eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen und 35 Senatsplätze müssen neu besetzt werden. Wie folgenreich die republikanische Mehrheit ist, konnte man gerade jetzt bei der Neubesetzung des Supreme Courts im Hauburg-Verfahren beobachten, wo die Republikaner tatsächlich die konservative Kandidatin Amy Coney Barrett in einer Rekordzeit durchgepeitscht haben. Einfach deswegen, weil sie die Mehrheit haben. Umgekehrt, vor ein paar Jahren hatten sie einen Kandidaten von Barack Obama monatelang blockiert und letztlich seine Ernennung verhindert mit ihrer Mehrheit. Es ist also schon sehr wichtig, wer im Senat das Sagen hat. Und wenn Joe Biden die Wahl gewinnt, dann wird davon sehr viel abhängen. Denn gegen die Republikaner kann er weder ein modernes Einwanderungsrecht noch eine striktere Klimapolitik noch eine Ausweitung der Krankenversicherung durchsetzen. Derzeit sind die Aussichten, dass der Senat kippt, tatsächlich relativ gut. Selbst Donald Trump hat neulich im kleinen Kreis hinter verschlossener Tür nach einem Bericht der Washington Post eingeräumt, dass es sehr schwer sein wird, die republikanische Mehrheit dort zu halten. Die Demokraten müssten netto drei Sitze hinzugewinnen. Dann hätte man zwar nur einen Putt, aber in diesem Fall gibt die Stimme des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin, das wäre dann Kamala Harris, den Ausschlag. Diese drei Sitze zusammen zu bekommen erscheint möglich. Wenn man den Umfragen glaubt, dann ist ein Wechsel in Colorado und Arizona relativ sicher hin zu den Demokraten. Umgekehrt aber drohen sie den Sitz in Alabama, den sie erst 2018 gewonnen hatten, wieder zu verlieren. Das wäre netto nur ein Zugewinn von einem Sitz. Es fehlen also noch zwei. Da wandert der Blick nach Iowa, nach North Carolina und nach Maine. Überall dort liegen die demokratischen Bewerber in den Umfragen eben auch vorne. Ob das hält, muss sich noch zeigen. Aber auf jeden Fall lohnt es sich in den nächsten Wochen bei den Umfragen nicht nur auf die klassischen Swing States Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Michigan und die neuen Battleground States Florida und Arizona, vielleicht sogar Georgia für die Präsidentschaftswahl zu gucken, sondern eben auch auf die Staaten, wo die Repräsentatoren-Sitzung kämpft sind. Also Iowa, North Carolina und Maine. Zuletzt haben die Demokraten im Weißen Haus, im Repräsentantenhaus und im Senat zusammen überall eine Mehrheit gehabt in den ersten beiden Obama-Jahren. Das wäre also schon ein ziemlicher Kuhwinn, wenn das gelingen würde. Und es hätte nicht nur allgemeinpolitische Auswirkungen auf die Politik des Landes, sondern es würde, glaube ich, auch die Zukunft der republikanischen Partei sehr beeinflussen. Denn eine solche Klatsche könnte die derzeitige Führungsriege kaum überleben. Wenn die Republikaner den Senat verlieren, gehen alle davon aus, dass damit die letzten Trumpianer in der Partei sozusagen auch abgesägt werden. Und genau darauf hoffen auch die Trump-Gegner in der Partei, die sich im Moment noch relativ kleinlaut sich nur äußern.